So, dann wollen wir mal halt so in diese Richtung einfach weiterbauen. So, mal sehen wo wir rauskommen. Wahrscheinlich irgendwann an Land. Wie lange das jetzt aber dauern wird, weiß ich nicht. Tja. Hm, ist auch eine schwierige Sache zu sagen, okay, jetzt zählt das Kind als Mensch und jetzt darf es nicht mehr abgetrieben werden. Ist schwer, dann eine Grenze festzulegen, muss ich ja sagen. Man kann es natürlich willkürlich machen, aber ob das das Beste ist, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht nach welchen Kriterien die damals die Grenze festgelegt haben. Also zwischen Mensch und Nicht-Mensch oder keine Ahnung was. Also zwischen Abtreibung noch erlaubt und Abtreibung nicht mehr erlaubt. Tja. Hm. Wobei das eigentlich schade ist, wenn die Kinder abgetrieben werden. Ich meine, wir haben schon so zu wenig Kinder. Und dennoch Abtreibung, das ist nicht sehr hilfreich auf jeden Fall. Aber wenn die Menschen das wirklich wollen, die Frauen ja, dann kannst du da auch nicht sagen, du musst jetzt dieses Kind bekommen. Das geht ja nicht, dann wird es nachher misshandelt oder nicht gut behandelt zumindest. Oder nicht richtig gelebt und das ist ja auch irgendwie doof. Ne? Ja. Hm. Alter, wie weit ist denn das noch? Also auf jeden Fall noch ein bisschen scheinbar. Das dauert zum Glück nicht lange. Und ich drücke hier wirklich die ganze Zeit nur die gleichen Tasten. Das ist natürlich total spannend. Ich könnte stattdessen auch, wenn ich die Tasten nicht dauernd drücken müsste, diese vier Stück, könnte ich eigentlich auch, keine Ahnung, nebenbei noch irgendwas essen oder sehr viele Dinge tun. Auf jeden Fall. Hm. So. Hey. Juhu. Schon wieder 64 Stück verbraucht. Tja, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich irgendwann ankomme scheinbar. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt war. Ich glaube, es waren schon um die 1000 Blöcke. Also ein paar Stacks sind es auf jeden Fall, die wir da verbrauchen werden. Was haben wir denn noch für Themen? Hm. Ich bräuchte jetzt irgendwo so einen Generator, der mir, oder so einen Zufallsgenerator, der mir zufällig irgendwelche Wörter in den Raum wirft. Wie zum Beispiel... Äh... Ja, keine Ahnung. Hm. Wenn ich das jetzt mache, ist es nicht zufällig. Das ist ja das Problem. Oder ist es das? Weiß ich nicht. Es kommt drauf an, wie man Zufall definiert. Hm. Tja. Hm, 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 hm. Das hilft mir nicht weiter. Ich wollte gerade über den Gedankengang, okay, die Blöcke sind viereckig. Ich weiß nicht, was fällt mir zu viereck ein. Auf irgendein Thema kommen, aber irgendwie fällt mir dazu nicht wirklich was ein. Matheunterricht. Naja, das ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht das beste Thema. Oh, guck mal, eine Insel. Ach, das ist ja praktisch. Hm. Aber was ist das für eine Insel? Halt. Äh, huch. Ach, Pferde! Es gibt hier Pferde und Kühe, natürlich. So eine Insel ist das scheinbar. Baue ich jetzt die Brücke weiter, oder? Ich baue die Brücke mal... Warte mal, das war... Wo bin ich jetzt? Da bin ich jetzt? Okay. Dann nochmal so. Dann baue ich die Brücke hier mal zwei breit auf dieser Insel. Ne, das müsste so richtig sein. Genau. Okay. Gut. Also so, 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 so. Und das war falsch. Ah, jetzt habe ich die Achse natürlich da gelassen. Total schlau. Huch. Total schlau, muss ich ja sagen. Echt wunderbar einfach. Okay. Dann mache ich mal folgendes. Ich mache jetzt hier mal so. Baue mich hier mal lang. So, und dann, äh, war die Idee hier vielleicht erst mal so. Das ist ja jetzt noch... Hier ist jetzt noch Dings, ne? Also das hier ist noch Brücke. Hier kommt dann halt der Zaun hin. Und dann war die Idee hier... Ich mache das jetzt mal hier hin. Und hier hin. So, und jetzt bräuchte ich natürlich eine Werkbank, die ich nicht habe. Mache ich mal ganz kurz eine. Stelle ich mal hier oben drauf. So, dann mache ich mal diese wunderschönen Treppen. Reichen? Reichen die? Warte mal. Zwölf Stück. Weiß ich nicht. Doch, müssten reichen, theoretisch. Ich kann ja immer noch welche machen. So, schauen wir mal. Erstmal da hin. Da hin. Halt. Aua, verdammt. Egal. So. Ne. Da. So. Da. Kennst du Soda? Der Bruder von Yoda. Ich hoffe, Lukas Film. Ach, die gibt es ja nicht mehr. Ich hoffe, Disney verklagt mich jetzt nicht, weil ich Yola gesagt habe. Heutzutage weiß sie ja nicht mehr. Wann du noch verklagt wirst und wann nicht. Ach stimmt, da war ja jemand, der hat sich Candy und... Nee. Candy und Saga gesichert. Da gab es doch so einen Candy Crush Saga. Und da hatte sich, glaube ich, der Entwickler von diesem Spiel die Worte Candy und Saga gesichert. Candy Saga. Hm. Candy, 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 Candy. Ich ärgere die jetzt. Verklagt mich doch, weil ich Candy gesagt habe. Also wirklich, das war lächerlich. Ja. Demnächst sichern sich noch Leute so Sachen wie Face oder Book. Ja. Wie abwegig ist das bitte? Jetzt habe ich hier die Werkbank, die brauche ich doch nicht. Naja. Egal. So. Jetzt läuft die Kuh hier oben rum. Das gibt es ja nicht. Und was sind das? Sind das Pferde oder sind das Esel? Nee, das sind Pferde, ne? Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, was das genau ist. Hier auf der Insel müsste man eigentlich einen Stall bauen. Ach, da hinten sind auch ein paar Inseln. Aber immer nur so kleine. Ach, warte mal. Ich mache hier mal. So. Ich baue das hier mal aus. Das finde ich sowieso total sinnvoll, wenn sich Leute so alltägliche Wörter sichern können. Ja. Wenn es jetzt irgendwelche Eigennamen sind wie Amazon oder Google oder was weiß ich. Ja. Dann verstehe ich es ja noch. Aber so Sachen wie Book oder Candy oder Saga oder keine Ahnung was sich sichern lassen. Oder am besten noch die Leute, die sich Sheldon Cooper sichern lassen. Also nicht etwa die Leute, die The Big Bang Theory machen, sondern einfach irgendwelche Leute. Baue ich jetzt richtig? Ja. Okay. Die sich dann tatsächlich Sheldon Cooper sichern. Als Marke. Ja. Die haben sich das nicht mal ausgedacht. Das kommt aus einer Serie namens The Big Bang Theory. Und dann sichern sich die das einfach. Also irgendwelche Leute sichern sich einfach das als Marke. Dass das überhaupt möglich ist, ist ja sowieso schon eine Katastrophe eigentlich. So. Die sichern sich das als Marke. Und dann verklagen die oder mahnen die andere Leute ab, die diese, die diesen Namen verwenden. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, Get Digital war das glaube ich. Die haben glaube ich das verwendet für so T-Shirts. Weißt du? Einfach Sheldon Cooper, bla bla bla. Irgendwie stand da drauf. Keine Ahnung, was da drauf steht. Ich kenne die T-Shirts nicht. Auf jeden Fall stand da scheinbar Sheldon Cooper drauf. Und naja, jetzt haben die diesen Shop da verklagt, weil die T-Shirts mit ihrer Marke anbieten. Was gar nicht ihre Marke ist, sondern das kommt eigentlich von ganz woanders. Und das ist doch... Ja, dass man sich sowas überhaupt sichern darf. Nur um andere Leute dann abzumahnen und auf Schadensersatz oder was weiß ich zu verklagen. Oder Unterlassungen oder was weiß ich, um halt Geld rauszupressen. Also das ist ja wohl... Also sorry, aber in was für einer Welt leben wir, dass jeder Scheiß für irgendwas missbraucht wird. Das ist doch unfassbar, oder nicht? So, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Komme ich denn bald hin? Da, wo ich hin will? Ich weiß es nicht. Theoretisch müsste ich doch bald irgendwo ankommen. Ach, guck mal, schon wieder eine Insel. Oder ist es jetzt... Huch! Hä? Was ist das denn da? Sieht ja auch interessant aus. Da hört das Wasser einfach auf. Aber ich bin tatsächlich irgendwo angekommen. Das ist ja sehr praktisch. Warte mal. So muss ich drücken. Halt. So. Jetzt... Na, jetzt... Alter. So. Okay. Ich brauche diese Schaufel. Die wird nicht reichen. Mist. Warte mal. Ich muss hier... Jetzt muss ich mal gucken. Das war die beiden. Okay. Äh, Moment. Kommt man hier irgendwie hoch? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hm. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt muss ich... Ich muss schon wieder runter auf der anderen Seite. Na, sehr praktisch auf jeden Fall. So. Und jetzt sieht man auch, wo ich den Weg gebaut habe hier. Das sieht man richtig gut. Hey. Das ist unfassbar. Unfucking fast by Swiss. Und die Schaufel ist gleich kaputt. Das ist noch richtig viel toller. Habe ich denn noch... Nein. Natürlich habe ich kein Eisen mitgenommen. In weiser Voraussicht. Na, wunderbar. Das freut mich ja. Hey. Das ist einfach so schön. Jetzt habe ich echt keine Schaufel mehr. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich hier noch muss. Ich glaube, ich müsste eigentlich gleich... Ne, das ist noch ein bisschen, ne? Irgendwo müsste auch der andere Weg sein. Theoretisch. Wie es praktisch aussieht, weiß ich jetzt aber nicht. Jetzt ist hier natürlich dunkel, aber das macht ja nichts. Ich habe ja die Monster ausgemacht. Sag mal, wo ist denn jetzt? Da hinten sind Kürbisse. Okay, aber wo ist denn der Weg? Der muss doch hier irgendwo sein. Wo bin ich denn jetzt? Okay, 4200 irgendwas. Also theoretisch müsste hier irgendwo ein Weg kommen. Hm. Praktisch sehe ich aber gerade noch keinen. Ist ja komisch. Hoch... Ach, da kommt gleich die nächste... Das nächste Meer. Okay. Deswegen sehe ich da noch keinen Weg. Okay, dann baue ich hier mal... Ich würde sagen, ich baue hier einfach nochmal rüber. Hier und, äh, hier. Also, dann fange ich das mal da an. Jetzt fängt das schon wieder zu regnen an. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unfassbar, oder? Das gibt's doch nicht. Dass es immer zu regnen anfangen muss. So, wie hoch baue ich denn das jetzt? Keine Ahnung. So hoch? Na, vielleicht noch... Noch einen höher. So, das andere war auch ein bisschen höher. Aber ich glaube, das hier reicht auch. So, warte. Ne, was ich jetzt erstmal mache, ist folgendes. Ich mache nochmal ein bisschen Holz zu Holz. Verstehst du? So, äh, und dann, äh, packe ich mir das Holz da rein. Die Axt brauche ich nicht mehr. Das Holz kann ich gebrauchen. Und die Erde brauche ich da auch nicht. Okay, und dann, äh, ja. Da habe ich ja immer noch Erde drin. Okay, ich habe sehr viel Erde offensichtlich. Äh, dann baue ich mich mal hier in diese Richtung. Moment. Halt. So, genau. Und dann komme ich irgendwann auch raus, wo ich rauskomme. Will, hoffentlich. In Klammern. Äh, und dann muss ich mal schauen, ob ich da nicht irgendwo noch Eisen habe, um eine Schaufel zu bauen oder so. Da muss ich wieder zurück ins Dorf. Aber ich glaube, das geht etwas schneller als, ähm, naja, als das andere. Als jetzt den anderen Weg zu nehmen. Und außerdem sind da Möhren, die ich, glaube ich, zum Zähmen von Pferden brauche. Da werde ich auch nochmal nachgucken. Oder ich hole mir professionelle Hilfe von einem anderen Spieler oder so. Ich wollte ja sowieso mal, äh, als, ne, wenn ich jetzt verrate, ist es keine Überraschung mehr. Aber ich habe mir überlegt, ob ich nicht mal so zwischendurch einfach mal andere Leute einladen soll, dass sie mal mit dabei sind im Let's Play. Weißt du, damit sie irgendwelche Sachen bauen können. Für mich Steinefarben und so. Ne, und ich baue mir dann so ein Schloss aus, äh, mit einem Thron aus puren Diamanten und einem Thronsaal mit goldenen Säulen und so eine Sachen halt. Und dann müssen die Leute halt dafür immer das Gold farben. Das ist doch keine schlechte Idee, finde ich. Oder das, das ist doch, das ist doch gut, oder nicht? Ich, ich meine, wer macht da nicht gerne mit? Einfach für irgendwen, äh, 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 Gold sammeln. Warum nicht, ne? Ach, hier ist der Weg. Hey, gucke mal. Und ich komme sogar in der richtigen Höhe raus. Das ist ja praktisch. So. Yeah. Juhu. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh, also noch nicht. Ich muss jetzt erstmal zurück ins Dorf. Und dann muss ich mal gucken, warte mal. Während ich hier laufe und springe, um schneller voranzukommen, gehe ich mal, jetzt habe ich schon wieder, schon wieder 10 Milliarden neue E-Mails und App aktualisiert. Ja, das ist ja sehr praktisch. Äh, was wollte ich machen? Ich wollte suchen nach Minecraft, äh, erst mal tippen hier. Minecrafts, genau. Mit Z am Ende. So wird es geschrieben. Auf jeden Fall. Ich laufe irgendwie schief. Warte mal. Oh, da ist ein Kaktus. Da sollte ich nicht gegenlaufen. So. Okay. Äh, halt. Also, was wollte ich suchen? Minecraft nicht mit Z, sondern mit T am Ende. Äh, und zwar Pferd. Pferde. Minecraft Pferde. So. Pferd Minecraft Wiki. Schauen wir mal. So. Und, äh, dann hoffe ich mal, dass ich irgendwie rausfinde, wie ich Pferde, äh, ne? Und so. Weißt du, wie ich die zähmen. Okay. Pferde können gezähmt werden, indem man mit der leeren Hand auf ein Pferd rechts klickt. Okay. Beim ersten Versuch wirft das Pferd den Spieler ab. Nach mehrmaligem Wiederholen dieses Vorgangs ist das Pferd gezähmt und es erscheint Herzen über dem Pferd. Die Chance, das Pferd beim ersten Versuch zu 10 beträgt 0%. Jeder Versuch erhöht die Chance. Okay. Okay. Ah, Sattel wird nicht benötigt. Zum, zum Reiten braucht man aber Sattel. Okay. Wo laufe ich jetzt hier eigentlich gerade hin? Ich hoffe, ich laufe nicht zu weit. Ne, scheinbar noch nicht. Okay, das ist noch ein bisschen bis zum Dorf, ne? Was wollte ich eigentlich? Ich muss auf jeden Fall Leinen bauen. Äh, Ausrüstung, äh, Sound, äh, Trivia, äh, Galerie. Steht denn hier auch... Huch, Nanu. Höh, was war das denn? Ich bin hier reingefallen. Wieso bin ich hier reingefallen? Ach, der Weg geht dran vorbei. Ich bin jetzt einfach gerade ausgelaufen. Was nicht so schlau war. Äh, Alter, wie weit ist denn das bitte? Das gibt's ja nicht. What the fuck? Ich wollte jetzt gerade gucken. Okay, wo ist denn hier die Leine für Pferde? Steht das hier irgendwo? Huch, ich komme hier dauernd mit dem Dings gegen das Mikrofon. Warte, so komme ich weiter. Äh, okay. Äh, okay. Äh, okay. Okay. Blablablablabla. Okay. Steht hier irgendwas von Leinen? Ach, in Savanen können die auch spawnen? Zum Glück habe ich da noch nie eine gesehen. Äh, hier steht doch nichts von Leinen, oder? Nee. Was bringt denn Nahrung? Warte mal. Huch. Ich scroll mal nach unten. Nahrung, halt. Ah, okay. Okay, mit Zucker, Weizen, Apfel, okay. Das verkürzt das Auswachsen. Mh, okay. Faszinierend. Strohballen gibt's auch. Keine Ahnung, wie man das bekommt. Wo waren denn Leinen? Ich muss mal, ich such mal ganz kurz hier. Schon wieder Musik. Was ist das denn? Ach, Prälude in C von dem guten Johann Sebastian Bach. Und gespielt von Kevin MacLeod scheinbar. Warte mal, Leine. Gebe ich mal ein. Suche. Äh, Leine. Wie baue ich denn eine Leine? Äh... Okay, welche NPCs kann ich denn ein-anleinen? Äh, okay. Steht das denn da auch? Äh... Okay. Ach, da oben. Schweine, Schafe, Kühe, Hühner, Tintenfische. Tintenfische? Okay. Pilzkühe, Ocelots, auch Gezähmte, Wölfe, Eisengolems, Schneegolems und natürlich Pferde. Okay, also eine Leine brauche ich noch. Okay, und die kann ich bauen, indem ich nachgucke, wie sie gebaut wird. Warte. Äh, ich brauche dafür einen Schleimball. Einen Schleimball. Von denen ich sehr viele hier habe. Warte mal, ist das ein Schleimball? Ja, das ist ein Schleimball, ne? Scheiße. Ja, natürlich habe ich keinen Schleimball hier. Ist ja klar. Dafür habe ich hier Fäden. Äh, hier drüben, glaube ich. Ja. Ach doch, ich habe sogar Schleimbälle. Ach so, na dann geht das natürlich. Okay, also man kann sich hier Leinen machen. Ich zeige das mal ganz kurz. Das macht man dann so. Ich mache gleich mal drei Stück. So. Hoch. So, Leinen los. Ach, sechs Stück bekomme ich sogar. Okay, dann mache ich mal folgendes. Ich lege jetzt hier einfach mal vier Stück rein. So. Und dann, äh, äh, komm mal, das mache ich nochmal in der Folge, laufe ich nochmal zurück. Und hole mir mal so ein Pferd. Ach so, ich brauche natürlich irgendwas zum Essen vielleicht. Was war das? Weizen? Ich gehe nochmal zurück. Warte. War das normales Weizen oder war es Brot? Ich glaube Weizen. Habe ich noch Weizen? Ich habe noch vier Weizen. Wow, das ist sehr viel. Und ich habe hier so viel Müll im Inventar. Ach du Scheiße. Komm, die eine Glasscheibe und Kies packe ich hier mal raus und Wolle. Ja, Diamanten sind auch sehr wichtig. Ähm, Eier habe ich hier auch. Ja, Samen. Die Treppen brauche ich auf jeden Fall. Die Erde kann auf jeden Fall hier rein. Ich glaube, die war woanders drin eigentlich. Ach, hier war sie eigentlich drin, glaube ich. Ist jetzt auch wurscht. Ähm. Okay, es war Weizen. Gut, das heißt also, ich muss noch ein bisschen Weizen sammeln. Oder Zucker. Das geht auch. Habe ich aber nicht. Ich nehme einfach ein bisschen Weizen. So. Und dann nehme ich außerdem noch hier das Ding. So. Okay. Karotten gehen glaube ich nicht, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber ich kann nochmal Weizen mitnehmen. Und irgendwo müsste doch noch Weizen sein, oder nicht? Ist hier noch was ausgewachsen? Da ist noch ein bisschen Weizen. Okay. Weizen. Okay. Und, äh, hier waren noch viel, viel mehr Felder. Das ist, das ist nur Riesengras. Also hier in der Savanne sind aber keine Pferde, ne? Angeblich sollen die auch in Savannen spawnen. Aber praktisch habe ich noch keine gesehen dort. Ich kann ja mal gucken. Aber das sieht hier nicht nach Pferd aus. So, da sieht hier jemand. Warum ist da eine Kuh auf dem Baum? Da. Kuh auf dem Baum. Kuh, 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 Kuh. So. Dubstep. Ne, was? Keine Ahnung. Ähm. Hier ist eine Höhle. Aber in der Savanne sollen angeblich Pferde spawnen. Praktisch. Sehe ich sehr viele Pferde hier. Siehst du ja, wie viele Pferde hier einfach sind. Da ist Lava. Toll. Also bis auf Lava finde ich aber nichts. Und natürlich Hühner und alles andere außer Pferden. Ich weiß nicht, ob das eine Fehlinformation ist oder ob das nur selten vorkommt, das in Savannen Pferde spawnen. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie es auch rausgepatcht zwischenzeitlich und in der Wiki nicht geändert. Das kann natürlich auch sein. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Das kann jetzt natürlich ein bisschen dauern. Vielen Dank.